LLF Nein, das musst du nicht. Ein Video mache ich und das ist von Jim Klopp. Der Kamer muss vorne sitzen. Das wird ein Riesenspaß. Ja. Das ist so gut, wie krank werden. Ja, klar. Lass uns nicht. Das ist so gut. Mit oben ist der Gegner. Die haben sich schon so gut, einfach auf die Folge. Stimmt's? Was seated? Der doubler? Der doubler? Der bewirkt her. Der doubler? Da ist Lukas, der Lokomotivführer! Da ist Lukas, der Lokomotivführer! Das ist schon eine spannende Fahrt! Wir müssen besser kurz zu machen! Ein bisschen wenig haben sie da gehört! Ich will noch mehr draus machen! Das ist sehr langweilig! Wir haben sehr schön gestartet! Die Frage ist, was machen die, wenn die 2er die Filmlizenz ausführt? Indem die Filmlizenz wird schon noch ausführt! Da haben sie aber echt nichts genannt! Schau, das war einfach! Das war schon! Wow! Jetzt ist ein Scheiß! Wuhuuu! 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 Zeit gegrüßt! Sie dürfen Reiter packen! Okay, bis bald!